Was ist Homöopathische Arzneimittel? Homöopathische Arzneimittel sind Heilmittel, die sich im Wesentlichen über die Herstellung und die Anwendung definieren. Es sind Arzneimittel, die von einer Ausgangssubstanz, zum Beispiel einem verriebenen Arzneimittel oder von einer Pflanze ausgegangen wird. Und dann werden diese Arzneimittel jeweils durch Verdünnung im 10er oder 100er Schritt und anschließende Verschüttlung hergestellt. Von der Anwendung her ist ein homöopathisches Arzneimittel dadurch charakterisiert, dass es nach dem Ähnlichkeitsprinzip hergestellt wird. Zum Teil werden solche homöopathische Arzneimittel auch heute noch von Hand hergestellt. Unter Homöopathie verstehe ich alles, was nicht mit Schulmedizin zu tun hat. Alternative Heilmethoden im medizinischen Bereich. Naturheilmittel. Die Medikation mit natürlichen Produkten. Bei Kindern wird das häufig auch angewendet, bei Zahnbeschwerden zum Beispiel, diese Globuli. Ich denke, Eltern behandeln ihre Kinder gerne mit homöopathischen Mitteln, weil sie auf natürlicher Basis sind. Und so sie die Kinder und kleinen Säuglinge nicht schon mit Chemie in Verbindung bringen. Bei den kleinen Kindern ist es vor allem Husten, Schnupfen, so kleine Beschwerden oder, was wir sehr häufig sehen, Verdauungsbeschwerden und dort vor allem die Dreimonatskoliken, die die Mütter gerne so behandeln. Im Selbstverständnis der Homöopathie sind homöopathische Arzneimittel keine Placebos. In der allgemeinen wissenschaftlichen Diskussion wird dieser Aspekt außerordentlich kontrovers diskutiert. Zu einem Teil lässt sich in experimentellen Untersuchungen finden, dass es durchaus zu Veränderungen in manchen Körperbestandteilen, Zellbestandteilen kommt. Auf der anderen Seite kennt man nach der Einnahme von homöopathischer Arzneimittel so etwas wie eine Erstverschlimmerung und das anschließend erst ein Besserungs- und gegebenenfalls auch ein Genesungsprozess einsetzt. Bei der Herstellung homöopathischer Arzneimittel werden zwar größtenteils auch Pflanzen als Ausgangssubstanzen verwendet, aber diese Pflanzen werden verdünnt und potenziert, so dass bei einer ganzen Reihe von sogenannten hochpotenten homöopathischen Arzneimitteln von der Ausgangssubstanz, das heißt von der Pflanze oder von dem Pflanzenteil, nichts oder fast nichts mehr vorhanden ist. In der Füttertherapie, das heißt in der Pflanzenheilkunde dagegen, ist in den entsprechenden Arznei- und Heilmitteln immer ein wesentlicher Anteil der Bestandteile der jeweiligen Pflanze enthalten und die Wirkungen, die ausgeübt werden, lassen sich auf das Vielstoffgemisch zurückführen, das für die Phytotherapeutiker verwendet wird. Homöopathische Kombinationsarzneimittel sind Arzneimittel, in denen mehrere Komponenten aus unterschiedlichen Ausgangsstoffen zum Teil auch in unterschiedlichen Potenzierungen zusammengestellt sind. Zum Beispiel eine ganze Reihe von Augentropfen, die unterschiedlich zusammengesetzt sind, je nachdem, welche Symptomatik von Brennen, Jucken, Müdigkeit usw. behandelt werden sollten. Konstitutionsmittel gelten in der Homöopathie als ganz besondere Mittel. Man könnte sie am einfachsten so definieren, dass damit die jeweilige Reaktionsweise eines Menschen oder auch eines Organismus gemeint ist. Zum Beispiel, dass er nicht mehr so überempfindlich reagiert. Ich selber habe sie auch schon ausprobiert bei Halsschmerzen, also für solche kleinen, sage ich jetzt mal, Beschwerden. Wir nutzen es recht wenig, weil ich doch dann immer zum Kinderarzt gehe, wenn irgendwas ist, anstatt zu Hause selber was auszuprobieren. Wenn der Patient unsicher ist, ist es meines Erachtens auf jeden Fall sinnvoll, einen Apotheker oder Drogisten um Rat zu fragen, auch um Rat für die technischen Aspekte der Einnahme. Der SVM ist ja der Berufsverband der Mütterberaterinnen. Wir haben im letzten Jahr eine grosse Weiterbildung in Kooperation gestartet, die in der deutschen Schweiz und auch in der italienischen Schweiz stattgefunden hat zum Thema Homöopathie. Verlieren Sie bis zum Thema und infZie- remedies zu unterdrücken.